Die Januar-Highlights auf Gute Laune TV. Das neue Jahr beginnt mit dem fulminanten Live-Konzert der Seher. Erleben Sie das umjubelte Open Air im Grundelsee mit allen Hits der Band. An Neujahr um 20 Uhr. Benny Schnier empfängt im Betreff Stars Talk News Helene Fischer. Die Schlagerkönigin gibt einen sehr privaten Einblick in ihr Leben, bevor sie berühmt wurde. Am 6. Januar um 20 Uhr. Stefanie Hertel mittendrin in Magdeburg. Die neue Gute Laune TV-Moderatorin gibt einen exklusiven Einblick in den Konzerttag von Flipper Ohland. Doch wenn der Anker fällt an einem schönen Strand. Und ist für die Zuschauer da, wo sonst niemand hin darf. Am 24. Januar um 20 Uhr. Komm hol das! Endlich schwappt sie über. Die Schlagerwelle. Erleben Sie das Schlager-Event des Jahres exklusiv bei Gute Laune TV. Und sehen Sie im ersten Teil Megastars wie Jürgen Drews oder Nick P. live. Am 25. Januar um 20 Uhr. In Betreff Stars Talk News spricht dann Nick P. über sein neues Erfolgsalbum. Bis ans Meer am 31. Januar um 20 Uhr. Die Januar-Highlights auf Gute Laune TV. Die Januar um 20 Uhr.